Herzlich Willkommen zurück zur gepflegten Lego Unterhaltung. Ich bin immer noch hier mit Tobias und wir befinden uns bei Lego Dimensions, Batman the Lego Movie und sind jetzt bei Tütchen Nummer 2. Hatten wir ja lange nicht. Stimmt. Der Batwing wird jetzt aufgebaut. So, ich habe die Ehre zu knuspern. Es ist auch so, kann ich ja auch erzählen, hier mit dem Wagen, oder die Wagen bauen wir ja auch Fernse spielst auf und dann hat man ja dieses große Portal und dann geht man unter Verbesserungen und dann kann man sich Buß kaufen, Geschwindigkeit kaufen und sowas. Waffen kaufen, Farben kaufen, was auch immer. Fertig. Achso, ich dachte, das war's. Dann, wenn man zehn von diesen Erweiterungen oder Spezialsachen gekauft hat, dann darf man das andere Modell bauen und kaufen. Also man muss... Das heißt, das wird dann tatsächlich umprogrammiert. Es wird dann umprogrammiert. Dann steht dann auch, bitte wieder auf mittleres Feld stellen oder zack, ist das gespeichert, dass es umgebaut wurde. Wir hatten uns ja letztes Mal gefragt, wie das Spiel weiß, welcher Nupschi was bedeutet hier. Genau. Und es wird dann programmiert. Hier ist tatsächlich ein Chip drin, der programmiert wird entsprechend während des Spiels. Richtig. Also das funktioniert ohne weiteres. Es gab keine Probleme damit. Nee. Deswegen gibt's auch viele, die dann dreimal das kaufen, also den Wagen kaufen. Ach, dass sie jedes Mal einmal haben. Dass sie es nicht immer umbauen müssen. Das ist natürlich clever. Habe ich natürlich auch erfahren durch diese Community, ne? Kriegst du die denn einzeln? Ja. Oder musst du dann dreimal das Päckchen kaufen? Nee, nee. Also manche verkaufen das wirklich so explizit. Nicht im Handel, sondern andere. Ja, ja. Normalerweise ist dieser Batwing, den wir jetzt bauen, ist ja nur in diesem Päckchen drin. So ist es. Das heißt, wenn ich den dreimal haben will, komme ich so gesehen nicht drum rum, dieses Päckchen dran. Dreimal zu kaufen, genau. Aber das mach ich nicht. Also ich baue die lieber um. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, deswegen ist es auch relativ einfach gehalten, diese Sachen, damit man sie schnell umbauen kann. So ist es. Und wenn man jetzt nicht so ein Feld hat oder so, es wird ja im Fernsehen wahrscheinlich wieder angezeigt. Es wird wieder im Fernsehen angezeigt, wie man die baut, ja. Hast du schon mal was umgebaut von den Sachen? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich wollte ja erstmal die Haupt-, also die speziellen Sachen sammeln. Aha, aha, aha. Okay. Die roten Steine und so, ne? Ja. Hast du durch, oder? Bist noch nicht fertig? Werd los. So, bist du am Schlafen? Nein, ich gucke, ob das richtig ist, aber... Nein, ist ja... So, das ist so. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Das musst du dreimal haben. Alter, wie viele Figuren hättest du denn dann schon jetzt? Pfff, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Aber ich habe sonst immer in der Community gesehen, dass das welche machen. Gibt es eine Webseite für, oder wo hast du das hier? Ja, Facebook, ne? Facebook. Verständlich. Die gibt es ja auch noch. Ewigen Facebooker. Facebooker. Es gibt natürlich auch andere schöne Communitys. Google Plus und so einen Scheiß. Instagramer. Da bin ich nicht warm mit Google Plus. Ich auch nicht. Was kommt denn da hinten für ein Steinchen dran? Ja, hier, dieses hier. Das habe ich... Das hier. Ach so, jetzt... Das habe ich auch vorhin gerätselt. Jetzt erkenne ich es. Habe ich auch vorhin gerätselt. Alles klar. Deswegen habe ich einen Länger gebraucht. Wenn ich das so reinmachen, müsste das ja schon mal falsch sein. So wie ich das gemacht habe. Über den... Ach, über den? Genau so. So, genau. Dass es dann auch wieder eine Ebene gibt. Ja, ja. Bei Lego ist ja viel Symmetrie. So ist es. Das ist ja auch Schöne daran. Genau, deswegen kann man es ja auch zu zweit machen. Wenn ich nicht weiter weiß, gucke ich nur, was du machst. Äh, falsch. Nein, das ist genau so, muss das. Hier ist kein Profi-Werkzeug bei. Was ist los, Lego? Stimmt. Fuck. Deswegen kriege ich das jetzt nicht ab. Das war's. Game over. Ja, tschüss, Freunde. Das ist immer Profi-Werkzeug bei. Stimmt. Haben wir vorhin noch mal gesprochen bei mir. Ja. Oh, vielleicht haben wir das schon mal gesprochen. Wie toll es ist, aber dabei. Ähm, ist das so richtig? Ja, doch. Ich weiß nicht, wobei das rumkommt. Nein, Alter. Nee, das kommt... Doch. Das kommt anders. Nein, tut's nicht. Das sieht super aus. Guck, da ist die Spitze so. Weißt du, was ich mache? Ja, ich hab's noch verkehrt rum brauchen wahrscheinlich. So. Musst du spiegeln, ne? Ja, ja. So ist richtig. Lange nach unten. So, kommt das. Und bei dir dann das andere, das du in der Hand hast. Ja, ist das so das Richtige? Ja. Ja. Genau so. Wenn, dann möchtest du das richtig bauen. Pfff. Ich finde es viel spannender, du spielst das Spiel nur mit den Pucks. Ja. Ja. Dann weißt du nämlich nie, was er braucht. Ich weiß nie, was er braucht. Kann man das testen irgendwie? Nach dem Motto testen dann die Figuren, legst einen Puck drauf und der sagt dir, es ist ein Batman. Wenn man das wirklich mal verbaselt. Wenn man es verbaselt, geht das. Aber die müssen ja erstmal beschrieben sein, ne? Ja, dann gehe ich davon aus. Man muss es ein Spiel bauen, damit das Spiel weiß, dass es da drauf ist. Ich bin immer noch begeistert von der Technik. Das ist auch cool, ne? Vor allem weil es so scheiße viel davon gibt. Ja. Jetzt mal die, die du schon bestellt hast, mitgerechnet. Wie viele würden dir dann noch fehlen im Moment? Stand heute? Über 30 Pakete. Ernsthaft? Ernsthaft. Da habe ich aber vieles noch nicht gesehen, glaube ich. Ich habe ja eine Liste zu Hause angefertigt. Ja, das geht auch gar nicht anders, oder? Sonst verlierst du ja vollkommen die Übersicht. Ich habe mir auch schon Anregungen geholt, wegen Aufbewahrung, ne? Und da bin ich jetzt. Da gibt es mit Sicherheit ein Regal. Da bestelle ich was jetzt. Ja, ein Regal dafür quasi. Also manche haben da echt ein Billigregal voll damit. Damit auskommt. Ja, wirklich. Wir haben alles und wir haben ein Billigregal voll. Ja, ja. Aber es wird ja noch bis, wie viel? 2027 oder so? Ja, genau. Ne? Da wird noch ein bisschen was. Ich meine, das Päckchen, was wir jetzt bauen, das ist ja auch noch relativ neu. Das ist neu, ja. Ne? Wie lange gibt es das? Einen Monat oder sowas? Ja, richtig. Also es ist halt ab zu denen. Ab zu denen. Ja, also Standaufnahmezeit. Wann ihr es guckt, weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es dann schon zwei Jahre alt, das Gerät. Nein. Auch wieso? Wir machen ja jede Woche zwei dann. Ja, stell dir mal vor, du hast eines Tages alle Päckchen. Dann schaffen wir Lego Dimensions Folge 250 oder so. Ja, das stimmt. Das wäre doch cool. Andere machen Let's Plays mit 1000 Folgen, wir machen Lego Dimensions Let's Build. Das ist doch geil. Das ist doch eine coole Sache, ja. Ja, finde ich auch. Ach, das sind diese fertigen Grills, ne? Ja. Und man weiß, es sieht immer aus, als wäre es grau oben, ne? Weil das so leicht. Stimmt. Sieht grau aus, aber... Leicht geschreckt ist. Zunut kann man ja hier so, beim Pad kann man ja schon größer machen. Yes. Und warum braucht man das dreimal? Ja, das gucke ich gerade auch. Da. Ach, vorne. Jo. Du hast recht. Da fehlt der dritte Pfeil, ne? Hm, genau. Deswegen konnte man das... Aufpüsten. Uff, passe. Ja, genau. Kicken wir zu jedem Päckchen Anleitungen online? Oder ist das jetzt noch? Ja. Ja, zu jedem. Wobei das Blättern macht, ne? Spaß. So ist es. Auch wie ihr, diese Story-Pack hätten wir auch online aufbauen können. Ne, ich meine jetzt auch so, Herr der Ringe, Simpsons und diese ganzen Sachen. Ja, ja, kriegst du alles. Kriegst du auch, ne? Ja. Und falls du das mal verschlullerst, oder... Ja, das ist es so. Oder, 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 die Sachen einzeln kaufst, also jeden Stein einzeln kaufst und dann selbst zusammenbaust. Doch, mach welche. Mach denn sowas. Mach auch welche. Ja, das ist doch deutlich teurer. Ja, vorausgesetzt, es gibt es überhaupt noch. Ja, genau so ist es. Und hier gibt es halt nicht mehr. Den Turm Christian nicht mehr. Simpsons, Kräfte, das Vicky Mart, glaube ich, nicht mehr. Doch, stimmt. Das heißt, gibt es nicht mehr. Der Quirklima hat nicht. Hatte ich auch gewonnen. Oder er hatte eine deutlich kleinere Auflage. Ich glaube auch, der hatte eine kleinere Auflage. Tja, so ist das. Das Einzige, was Lego war schon. Ja, irgendwie fehlen die Reifen, oder? Oder kommen die gleich erst drauf? Bitteschön. Ja, das ist ja ein X-Wing, ne? Er braucht keine Reifen. Ja, aber wofür haben wir denn die Reifen hier? Sicher kommen die noch. Das ist der Boost, quasi. Ah, ja. So. Ja, ja, schon. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, klar. Nicht mit Autos gespielt? Oh, da ist dir was entgegengeguckt. Ich setze die mal da rein. Oh, nein! Na gut, hätte man auch vorher machen können. Aber das ist ja... Manchmal, wenn du ein bisschen Action hast, das ist ja dann eher eine ruhige Sequenz. Naja, richtig. Das sind ja meistens so, dass du dann ein Minikit kriegst oder so ein Stud. So ein Stud-Stein. So ein Riesen-Stud-Stein ist das dann, der blinkt. Und wenn du den zerstörst, sind da mehrere drin. Genau, und daran erinnere ich mich noch. Ja, für die, die das vielleicht mal spielen wollen, ne? Kauft es. Ja. Das ist ja der einfachste. Das macht richtig Spaß, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange Spaß macht. Das macht immer wieder Spaß. Vor allem, was da trifft dann. Ja, es ist ja vor allem auch riesig. Das ist jetzt das dritte, oder viertes, viertes Story-Pack, ne? Drittes. Drittes? Ja, Ghostbusters, den magischen Tierwesen und das Original. Ja gut, das Original. Also es ist jetzt endlich das vierte. Ja. Das ist ja auch geil. Obwohl die hier sechs Level sind, ne? Ja, immerhin. Das erste Mario hatte auch nur acht. Stimmt. Na gut, mit Unterwelten, dann weiß ich nicht. Ja, das sieht cool aus. Ich finde diese Mini-Figuren, also für mich ist es Mini-Figuren. Ja, für mich auch. Immer noch, auch von zurück in die Zukunft, der kleine Zug und so. Immer noch genial. Der kommt ja noch. Hatten wir den nicht schon? Nein. Nein. Wir haben noch keinen zurück in die Zukunft. Nicht? Nein. Ein Verbrechen. Das ist wirklich ein Versäumnis. Kommt noch. Versprochen. Versprochen. Ja. Ist das mit der Bestellung drin? Nein. Ach Gott. Was ist los mit dir? War nicht mehr vorrätig. Hast du da die Aktion auch mitmachen können beim Mediamarkt, bei der Bestellung? Ja, wahrscheinlich konnten sie deswegen nicht liefern, weil er so ausverkauft war. Vielleicht. Na, weiß. Egal. Ist nicht das Thema. So, wir sind fertig. Nächstes Video. Bis danach. Jo. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020